Hey, hier ist Max von Max Epson und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich spiele nach... ja... Viele haben mich gefragt, ob Score Hero spielen kann, mal wieder. Score Hero. Und das mache ich jetzt auch. Also, Score Hero. Ich habe noch nicht weiter gespielt. Ich habe das nächste schon ein bisschen ausprobiert. Viele haben geschrieben, sie haben das durchgespielt und ich kann das Spiel vorher noch nicht mal... Ja. Spielen, genau. Ähm, ja, blablabla. Ach ja, man kann jetzt einfach aussehen, wo man hinschießt. Man kann jetzt eigentlich überall hinspielen. Ich spiele zu dem. Und jetzt zu dem. Und jetzt zu... Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Und zwar links oder rechts? Ähm, kurz... Nein! Nein, nein, der ging rüber. Verdammt. Oh, der war nicht im Lauf. Zu dem vielleicht auch mal. So. Läu, was soll der jetzt machen? So. Yo! Super sensationell, sensationell. Alter, der war nice. Mehr als 25 Yards? Was nicht Yards? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, ich weiß nicht, was Yards sind. Wäre, glaube ich, gut, wenn ich das weiß. So, ähm... Elf. Genau, jetzt das Elfte. Was steht da? Was ist das? Was ist das? Ah, jetzt können wir es irgendwie auswählen. Ich lasse es einfach so. Elf. Äh, spielen. Genau. Freiburg gegen Hamburg. Wow, wow, wow. Hamburgs wird gewinnen. So, steht 0-2 Hamburg, sei doch. Äh... Der schießt unten rechts rein. Wahrscheinlich ist er gegen Forsten Gang, oder? Eww, das hat eine Aufnahme neu. Irgendwann ist er im Internet gerade, ich weiß auch nicht was. Ähm... Nein, der ist da noch hingehäftet, der... Ach, Mann, blöder Keeper. Oh, nee, keine gute Idee. Ich fülle mal da zudem wieder rein. Und der packt... Packt er unten rechts. Oben rechts, meine ich. Nimm das. Super, Tor! Ach nein, ich bin ja Freiburg. Nicht gut. Egal. Äh, ein Stern nur. Schade. Egal. Ähm, Level 12. Genau, Spiel 12. Oh, da laufen wir allein, einfach rüber springen. Ah, es wird... Ah! Wo sind meine Spieler? So, einmal Lauf. Genau. Und der spielt sich das schon an mit so einem coolen Sternchen auf dem Kopf. Der passt in rein, zu dem. Und der macht unten rechts rein. Oben rechts, meine ich. Und der ist drin! Kopfball! Ja, nice. Immer innerhalb von 10 Jahren. Ich weiß nicht, was 10 Jahren sind. Egal, irgendeine Zeitangabe oder so. Oder, egal. Hannover gegen Freimorg. Oh, gut, wer wird gewinnen. Und, äh, 66. Minute, okay. Einwurf. Zudem. Genau. Und jetzt machen wir das Ganze so da hinten. Aber ich soll auch schon zu Ball gehen, ne? Wow, Punkt genau, nice. Und der Ball halt, wo soll der rein? Sieht aus, wenn er noch irgendwo reinpassen möchte. Sag ich doch. Nice! Schieße ein Tor. Mach ein Kopfballtor. Schieße ein Tor mit deinem Helden. Ah, das mit dem, mit dem, mit dem Stern ist der Held. Glaube ich. Sag ich jetzt, vermute ich jetzt einfach mal so. Äh, wenn ich da nicht recht habe, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ne? So, ihr könnt mir, ihr könnt mir allgemein gerne Tipps geben. Und jetzt hier, spielen wir zu dem. Oh, der war ein komischer. Äh, zu dem? Ich kann keine Granilien zeichnen. Zu dem? Und der? Zu dem? Oh, ne, Ball. So, ne? Nein, der wird abgefangen. Egal, da war gerade irgendwas mit Gratis. So. Und der macht jetzt unten rechts. Ja! Nice! Spektakulär! Super! Schieße ein Tor, fünf Schüsse oder mehr? Fünf Schüsse oder mehr? Innerhalb von 15 Jahrzehnten. Ich weiß immer noch nicht, was Jahrzehnten. Äh, 15. Genau. Spiel machen wir mal weiter. Das geht ja gerade recht flott. Einfach überspringen alles. Der passt zu dem. Und der passt zu dem. Und der ballert den. Zu dem. Und der macht Kopfball. Ne, macht er nicht. Der macht unten rechts rein. Ah! Da war der Torwart. Egal. Noch einmal. Zu dem. Und der zu dem. Und der macht das Ganze. Oh, wie hat der den angenommen? Nein! Der ist schon wieder voll daneben gegangen. Kann ich theoretisch direkt zu dem Spielen? Das muss man uns auch machen. Oh, der geht zu hoch, oder? Oh, ne, der geht er nicht. Äh. Jo! Ich hätte gedacht, der ist viel zu langsam, der Ball. Junge! Da drin! Ball drin? Das verrückt. Sieher. Ihr wollt einen machen, aber da... Ne. Ach, der war nicht drin. Schade. Egal. Oh, der ging zu hoch. Oh, der hat den ausgetrickst. Nice. Zu dem. Und der ballert den rein. Oder? Wow! Der ging ja mal sowas von in den Winkel. Rackhielte. Geil! Hä, war der drin? Hä? Ich check das gerade nicht. Der müsste doch hundertprozentig drin sein. Ah, egal. Mach mal weiter. Ähm. Der macht ihn zu dem. Und der... Zu dem. Ah, nein, der auch. Oh, Latte! Junge! Zu dem. Aname. Und los, lauf, lauf! Heldenhaft! Und der macht ihn da rein. Zu dem. Exquisit. Ja, Mann! Nice! Kopfball, der war drin! Super. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah. Nice! Noch ein Kopfball. Schieße zwei Tore, mach ein Kopfballtor. Schieße mit einem Fallrückzieher ein Tor. Ah, hätte ich fast geschafft. Später. Ähm. Ich hab kein Facebook. Level 16 machen wir auch noch. Das schaffen wir. Schuttgart gegen Freiburg. Okay. Und ballert direkt rein. Nein, Pfosten! Ich hab keine Energie mehr. Ich hab keine Energie mehr. Ich hab keine Energie mehr. Hey! Hey! Ohne Energie sind wir nicht cool. Ist gar nicht cool. Wie viel Level gibt's denn die eigentlich? Also, ich hab ich da gerade, das wäre alles. Ja, Mann, das mit der Energie ist gar nicht witzig. Ey, ich wollte hier so weiterspielen. Aber jetzt muss ich überatmen. Ich mein, nur. Nach drei Minuten, als ob das so lange dauern würde. Saison 2. Okay. Ich hab bisher noch gar nicht so viel gespielt. Ich bin jetzt bis Level 16 gekommen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, da ich jetzt nicht noch ein Level spielen kann, würde ich sagen, das Video ist zu Ende. Ja. Wenn's euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, damit es dir, dass es euch gefallen hat. Und damit ihr nächstes Video von mir verpasst, abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Tschüss. Tschüss.